äh LP3 DLC 2 jo mit Max und dem Nego, also machen wir einfach weiter mit Jimmy, dem Kerl, der einfach nur auf den Sack getrun genau das wollen wir weg also ich glaube Gangsters in Space hat 5 oder 6 misich hat mir das mal angelotet und dann gibt es zwei Achifen, wenn es die mal verpassen geht vor allem erst am Auto gewartet und quäls Ende aha Superschnitt WTF Alter WTF saugeil, dass mir und endlich Sprinten anlacht ja aha alles klar und ne das war ein anderes Rechen haha Musch mal hin, welche Leute hauen zock blemmo ha 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 Feuer war los um ha 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 pf was, ey, darf ich jetzt auch noch was machen mit den Superkräften oder hat man die einfach nur kurz zock mitte, geht das hier ab? vor allem doch, du hast hier ohne wirklichen Witz dagegen dünn he he h he 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 I'm hearing roars in the distance, triangulating the source and... Vor allem kannst du Autos wegschieben. Boah, Mann. So klar. Hier ist es doch wirklich klar. Vor allem müssen wir jetzt dorthin laufen. Aber das macht mir nix. Wo gegen ein Auto laufen? Ihr bester Freund Jimmy. Ah, deswegen heißt das Auto Torbitzen, weil er mit Noren am Torbitzen ist. Doof. Abbiegen. Woher? Das sind seine Gedanken. Und wo bist du bitte? Inna, die ja. Warum bist du schneller wie ich? Was ist da denn? Vielleicht find ich ne Frau, Han? Vielleicht find ich ne Frau bin? Vielleicht hat die grad ihre Tage und das war super. Alles klar. Vielleicht musst du ja aufs Klo. Ich weiß es wirklich nicht. Er hat die Herd bei ihm angelassen. Boah, Mann. Äh, boop. Mein Nachttischschrank ist dreckig. My people need me. Ich hab schon so ungefähr ne Idee, in welche Richtung der Titel von hier im LP geht. Das wird wahrscheinlich irgendwas Sexistisches, weil, ja, ich weiß es. Das wird auf der alten Schuld sowieso mit mir assoziiert. Sexistisch ist bestimmt der Max-Gewinn, alles klar. Ich bin hier, aber kein Gas. Doch, da steht ne viel. Wie guffen Gat. Hallo. Ich geh mal hier rin. Hallo. Bei Wissen. Feuerball. Piu. Vor allem, hier ist einfach ein Domizil. Hallo. Nein. Die brennen aber leben noch. Dann schlafen wir mal. Alter, ist das so geil. BAM. Slop. Eau. Kann man danach super hoch springen? Nee. Die Superkraft hat uns nicht gern. Blahm. Zack. Ob wir hinrennen müssen, um dann so zu eskalieren. Naja, eskalieren ist irgendwie anders. Die Waffe. Boah, wenn du one-hitest, ist doch einfach Autos. RIP. Ich hole doch vorne den Außenseiter. Ah. Endschuss. Rohschutz. Kaput. Splop. So, kaput. Splat. Splat. Oh, ist das so nervig. Und der kann mich überfahren, oder was? Ja, wo geht es dann jetzt weiter? Oh, komm. So. Ich muss mal gegen Park mit Autos laufen. Das ist so witzig. Okay, das ist wirklich witzig. Alter, wie der? Krass. Komm schon. Krip, krip, krip. Okay. Mach mal einfach einen Sprung ans Ufa. So ein Schuss? Ich war... Das war jetzt saugeil im Video. Das tut so witzig. Weil ich bin halt gecutt, weil ich mich in der Außenrum zu tappen. Bin gesprungen und fliege in dieser komischen Lillan Golke. Sauergeil. Und dann bin ich halt an die Ufa kommt. Und bin dann halt in den Sprinten und jumpst nur in den Wacken, weil er in den Wacken kommt. Gute Morgenstern. Was hat Morgenstern denn hier jetzt verloren? Ich bin noch ganz freund. Es ist Nacht. Hallo? Soll dann hier der Morgenstern. Wo habe ich jetzt den Stägertyp One-Hit? Jo, mach Stipp. Interessant. Also er stirbt zumindest auch auf dem Auto, auf dem das da One-Hit ist. Jo, er stirbt auch One-Hit. Ich meine, wenn du Autos One-Hit killst, dann wirst du ja wohl auch ein Stägertyp. Und vor allem die so normal gekillt. Jetzt hätte ich mal gerne so ein Duell gegen Oleg. Was willst du mit Oleg? Na, du. Piers, sag mir, du bist all right. Boss, ja. Ich bin dir ein bisschen Mietzüge drauf, wie ich noch gerade drüben bin. So, wir sollen uns hier irgendwie umsehen. Hatt ich gar nicht gemeint. Aha. Ich nicht. Nicht wirklich. Ich würde schon mal ein Wicht aufwaschen. Das ist nochmal so sauweit weg. Soll die Scheiße. Ey. Du läuchst in einer lilanen Kugel. Was willst du mehr? Vor allem sieht das saugeil, als wenn du nicht gerade in einem Schatten von, äh, wenn du im Schatten von den Lichtern wirst. Hm. Was ist da denn das Loch jetzt bitte schon nochmal? Hingefallen. Ja? Quelsende. Quelsende. Vor allem, schwarzer Bildschirm, kannst du weiterlaufen. Genau so. Hier läuft eine Ganky-Karze rum. Haha. Wie ich auch gesagt habe, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, ich hoffe, dass ich immer noch weiter kann. Fuck die Pullis. Ey, hier sind vier Nitrospuren. Wie weit hast du noch? Äh, Kilometer. Schon auch 800 Meter. Hier sind schon nochmal vier Nitrospuren. Ich glaube, das ist von dem Gat-Mobil. Hm. Hier sind zwei andere. Und da ist nochmal ein Vierer. Hä? Oh, das läuft alles so schwul. Vor allem sind einfach alle Autos kaputt. Oh. Kann man halt über Telefon-Heli rufen oder sowas? Ich bin 300 Meter vorher stehen geblieben. So. Okay. Ähm. Best gefehlt. Piers. Begleiter verlassen. Piers ist gestoppt. Ähm. 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 Enemy Command is inside. Retard fire. Haha. Cooler Moor. Ich dachte schon, jetzt kommt Killbane noch Moor. Der hat keinen Hals. Pff. Das ist Johnny Gap. Der braucht keinen Hals. Trifft der erste Heats mit, ey. Sau dick. Aber haupte auch auf der anderen Seite hat es stehen gelost, Han. Ach, das ist los. Ah. Swoosh. Und dann kommt das im Gorch so. Bliu. Ich mach die andere Seite. Ups. Ich bin gerade voll gegen das Auto gefahren. Es fliegt halt so sauber weg. Und. Whip. Ha. Ha. Nee, es wufft. Bei mir ist immer es wufft. Nee. Muss dann in der letzte Kalo. Renn. Ach. Alles klar. Fang mich. Nein. Ich glaube, so ein Move war das, Leute. Haben sie nochmal aufgestanden, ey. Da müssen wir dann hin. Da sieht er, wenn ich dich schlau. Ah, jetzt sind wir nochmal nochmal. Schade. Wie soll ich denn den Hubschrauber einsteigen? Hallo? Oh, na laufen. Ja, pass auf. Tritt. Tritt. Dann drin. Fertig. Oh ja. Wie soll man den verteidigen? Der hat uns geschlagen. Wir haben den mitten am Bienen-Schwarminator-Dingen beschusst. Hallo? Dass der vielleicht ein paar Super-Richter hat, ist eigentlich klar. Warte, welch weiß ich, Mann. Na klar. Exklusiv-Richte. Falls du was schlauer kriegst. Und statt einfach mit dem Hubschrauber stehen zu bleiben. Unter der Brücke zu schweben. Scharf schützen auf dem Dach. Ja. Ja. Wie ist der da da? Ja, das glaube ich jetzt auch. Kein Ding. Blablablabla. Das ist das wohl klar gewesen, oder? Das gibt's doch, ne. Zieht die Rakete. Das ist jetzt muss man verletzten. Hm. Tch. They're rolling tanks up the highway. More helis to shoot. That's right. You got this. Rauscht zwei Rockets um. Yep. Juck. Und dann jetzt in so einer Kackposition stehen bleiben. Ja. Rechts kommt noch ein Hubschrauber. Die Johnny-Wache. Wir können von hier auf Johnny schießen. Aber dann wird Pierce erst mal sterben. Quest gefehlt. Ja. Der wird dann, äh, von der Brick fällen. Sie haben ihren Begleiter verlaufen. Ah. Hi Johnny. Hi Johnny. Was ist das jetzt King Kong? Come on, man. I'm trying to help you. Oh, now you wanna try to reason with it. Jeez. Jetzt hätte ich mich schon durchgedrückt. Ich weiß, Johnny. But we can make it right. Höh. Höh. Yeah, where are your friends, Johnny? Ja, danke, wenn der Schlingel zu unter Brick. Höh. Das wär ein China-Move gewesen. Come on, buddy. Let's get you back home. Stripper? Paul? Wanns'n'Ride, man? Stripper? And so ends the tale of our indretten hero. Gebunden durch die Bande, die sie, äh, verbannt. Alpher. Stripper-Stylingel? Ja, man. Stripper-Stylingel. Du wirst nicht mehr als die Städte. Und die neue Alli-Stylingel? Mh. Wird der? Wird der? Kann der immer in an der Runa holen? Das wär so, wie schon ein Nähnst-Runa-Fan wird. Höh. 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 Gangsters in Space. Mein Haustier-Monster. Cool. Alles klar. Äh. Ciao.